Eine Kompressionstherapie wird bei verschiedenen Erkrankungen angewendet, insbesondere aber beim Krampfaderleiden. Beispielsweise, wenn Sie schon frühe Ausprägungen Ihrer Varikosis, also des Krampfaderleidens haben, sogenannte Besenreißervariizen, dann findet eine Kompressionstherapie mit Unterschenkel oder manchmal auch Oberschenkelkompressionsstrümpfen statt. Die werden extra angefertigt, in verschiedene Klassen eingestuft. Klasse 2 bis 3 beispielsweise finden bei der Besenreißervariosis oder in höheren Stadien der Krampfader Erkrankung Anwendung.